Guck mal, die Motorhammerbrücke. Oh, die ist aber klar, ich bin ein bisschen niedrig, ne? Ich weiß es nicht. Ich probiere mal aus. Oh fuck, die ist sehr... Oh Gott. Oh Gott. Oh my... Oh my fuck. What the hell? Das war ein guter Start, ne? Das ist immer mit. So, und jetzt nochmal.